aber so gesehen seit drei tagen aus duft auftriebe rr 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 herkules rr 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 doch rr 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 ich habe sie müssen es nicht so spielt ja aber das müssen wir drauf lassen aber ich habe ich habe dudelt haben sind müssen klatschen nur lehme es ist das wissen nur nehmen ist limit keine grenzen ist was denn ich habe gesagt was die für aber richtig stark wird sogar und was gibt es im angebot tanke wird wird die Welt gibt es immer was haben wir denn schönes hier auch die Kräuter erhält da ist nun nicht immer wert irgendwas über ihn zu benennen die Neuzen zu warten und ich sie wird hier Holmberg ich habe nun schockiert die 5 ich bin die MP Schocken also brauchst du nehmen die Wichter Durst gut zuerst haus und dann tun oder zuerst und dann und er kann zeigte er hat ich gesehen um der Kunde und aus Neumann Hauptstadt ich hätte den Schuss niemals von denen getroffen ich glaube er sei gern die Kassierer den Schuss von ich glaube wie ich ich hatte das Kassier er das ist ein gutes Mal aber ein Glück bin ich nun für den Köln die Schweiz hat sie schon für die Lübe Prozent Prozent Halt die Kette das ist und das wurde aber das ist gespürt weil ich habe drei schilderste sich ich habe sie vier für dich hier gibt es zu den 50er guck mal meinen Weg mal an, guck dir das an ich puste ja jetzt wo ist denn hin ich puste ihn da ist 2.0 weiter hinten da hat der Tunnel wahrscheinlich in Ruhe gelassen da sind auch deine Verbinder dann äh also das mit dem Tunnel in Ruhe gelassen das war es doch eher nicht ach bitte komm schon hast du noch ne Schatte für mich äh ich hab ja warte ähm wo sagst du ist denn da weiter gelaufen mh circa alles klar frag mich nicht wie werden du mich da gerade runter verlieben was ein Move wird danke hallo meine Fremde hallo meine Lieben willkommen zu halten wie ist denn von mir hallo meine Lieben willkommen zu halten wie ist denn von mir ähm kann man nicht diese Stimme von Bibi auslegen ich weiß es nicht feiert die doch angeblich mhm mhm den Song kann es ja ausfällig nicht genau ach oder sie versucht wenigstens englisch ein bisschen zu können wie alt ist sie ähm sie ist neun schon mit neun ähm ähm aus und zu grünen Viertel das Medi gepacken das ist ja mal wieder mein Lack jetzt leid das Medi packen nehmen den Enverband kann ich auch noch nehmen für den Enhp da bist du dran äh brauchst du vielleicht das oder das tschö Eierwerfen hast du Platz ja zwei zwei Dinge ja dann hol den Eierwerfen ne danke ach was hast du hier vor hinten die leid das im Ende rum fängt mit S an nach dem Haus gegen die Korb Prozent 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 es ist ja jetzt nicht vor ich 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 komme noch nicht hoch als er hat drückt er noch eine Art ab also der der hat weh getan der hat weh getan das stink ok mal gucken wie die Krisen da sind Mensch bekomme ich hier aber noch Damage was so ne random scheiße da drinne was soll das brauchst du M4 Money brauchst du eine Oma schuldkant M4 Money brauche ich Oma haben willst du gleich das Medipacken noch nehmen ne hab ich das oh ja geil noch Medipacken komm wir nehmen uns beide Medipacken ja schmeißen rein in die Kanüle 20 RP los geht's 25 RP wir müssen dann aber auch gleich loslaufen ne noch ein noch ein wir bleiben noch eine halbe Ewigkeit hier wir sterben auch hier das sind die bessere taktische als grau hab gar keine taktische ach cool ne ja ja ähm ich ja ich komm ich mach es in 10 Minuten du musst essen machen nein nur essen aufwärmen für deine Schweizer ah ja weil sie so nicht in die Mikrowelle drüber ähm die kommt nicht ran oh soll sie sich in den Stuhl nehmen alter ja das ist auch so ein Problem im Stuhl kannst du nicht tragen ähm das schon ja aber dafür bräuchte man einen Stuhl sag ich mal so weil die Küche ziemlich klein ist aber ziemlich schwierig Stuhl von der Küche nehmen ey naja Küche Stuhl aber wo frisst wo frisst ihr wir wir essen an der Wohnstube am Tisch ach hey man hast du da mit so ne nein hast du RPG wo nie rpg rpg ja geb ich dir dann rpg hast du eine Baukunst danke paar so holz ich hab 459 ich hab 7 100 100 nein 7 hehehehehehe und stein so 243 ich hab 3,15 hm nein nicht die Zone warte das hier ist doch nicht drüber ja erst wenn es angekommen ist erst wenn es angekommen ist ist das Feuer und Damage aber wir kommen damit 75 Leben da wieder raus du Söker ja gleich ist er nach hast du hier ist das äh 5 Verbänder ok ok ich wollte sagen mit 75 kann man nicht hier aber nach 75 erreicht klasse jetzt ist schon bei 75 kommt schon ne gerade Zahl ne gerade Zahl ne gerade Zahl ne gerade Zahl 74 kam er raus ich hab 63 gib mir einen einen Flachpfeiler aber naja das geht auch mal so ja genau so um und noch ein bisschen Holz ja stimmt aber dabei was und war geht man die ich hätte doch nicht so wie ein Romier äh eh sparsam das ist noch richtig äh äh sparsam ja jetzt willst du wohl schon sagen mit dem dort die frau selber geben stieg die dies nicht ich würde mich nicht ich wollte noch die munitionskiste heimann die meister rechts macht mir Angst das Leben hat nur noch zwei Leute und ein einzelner Ich habe bis jetzt immer noch einen Kühl zu ordnen wir haben noch nicht mal welche gesehen bis jetzt nicht ne pass auf wir sterben jetzt so richtig ekelhaft aber wir gehen nicht weiter rein wir bleiben hier irgendwo die haben sowas von eine sniper ich weiß es vielleicht schaffen wir sogar ohne gilt wir haben die drei genug uni wie viel hast denn du für m4 auch vor mir los was soll das dort ist doch das kann da unten warum sieht man war da war da weiter 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 ich gehe hin ich brauche mal noch eine schruft hinter komm doch hier äh über dir das ist ne falle da ist ne falle der kleine tricksack hat ne falle eingebrot du hast ja bei dir hier hin getan und ich habe auch noch der kleine wichser das ist mal ein wichser jungen das sah so übelst komisch aus oh nein ähm das ist doch jetzt nicht wahr nein nein dürfen wir ernst nach zehn wer war wird in okay hier sind wir in der Zone hier ist alles gut hast du noch Holz? Nope okay sagen wir schon mal zu zweit ah die Pulschen 223 lasst uns herausrücken die sehen uns nicht, die wissen nicht wo wir sind und ist das ein einzelner? hm hm der andere ist bestimmt noch bei denen dabei ähm ich geh mal bis weit dahinter und lass noch mal ein bisschen zurück so wir müssen ja nur hier treffen den kann man jetzt nur durch aber wo ist der ach das ist nur noch der einzelne ah ey Dominik schieß mal unten auf oder? na nein jetzt ich habe es noch mal ich habe es ich habe es ähm nur mit neuen Kills rausgegangen wenn du hilf mich neuen Kills ich hab einen Assist hä warte hä das ist ja richtig behindert was ist mit dem falsch gelaufen warte du bist das dunkelste Stück Scheiße Daniel ja ne